Ich bin es wieder auf der Demis hier. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal wieder über ein Let's Play mit CSGO. Wir wurden ja gleich am Anfang Waffen gespendet in Italien, also da heißt es nicht CSGO. Ich kombiniere das alles wieder auf Waffen-Tafeln. Also zu machen ist aber da überhaupt kein Kopf. Und zwar... Na ja, das heißt, Freunde, da machen wir vollkommen. Wir regnen eigentlich zu schuld. Zum Like würde ich noch sagen. Freunde, wir machen wieder ein Deathman. Was machen wir jetzt mal eben? Achja. Wir klauen uns jetzt die Spaghetti´s. Und Pizzengeisel. So, ich hoffe, heute geht es mal ein bisschen schneller hier beim Laden. Das hat gestern ein bisschen lange gedauert. Und mein Kater wird auch gerade wieder wach. Na, Genni? Ich mache gerade nur einen Test hier. Keine Sorge, leg dich wieder hin. Du haarige Abhelsknoten. So. Da kommt mein erstes ein Becher Kaffee hinter mir. Na. Aber ich hoffe, heute meine Feiererfolge hat gestern nicht gefallen. Mit meinen ganzen Sprüchen und so. Das hat irgendwie auch gerade alles gepasst. Also... Wie gesagt, ich bin kaum was direkt nicht mehr so gewöhnt wie früher. Anfang 2000er, wo 1.5 rausgekommen ist. Und 1.6 und da habe ich angefangen aufzuhalten. Also ich bin eigentlich nur so ein Simulationsfreak geworden. Na ja, gut. Gut. Wir probieren jetzt mal hier aus. Aus hier mit dem neuen Aufnahmeprogramm. Und ich hoffe, es geht alles glatt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Gut. Dann lade mal herladen. Ne. Sonst gehe ich gleich mit dir mal in den Laden. Und dann... Weiß Bescheid, mein Freund. Ne. Also. Komm. Die Kette. Wir sind gleich wieder die Terroristen. Ich wäre früher auch gerne Terrorist bei Counter-Style. Wie ihr gemerkt, war Counter-Style. Ne. Jo. Und dann werden wir mal die... ...Stulli-Zeit mal hopsen. So. So. Wir haben die Sachen reingeben. Dann bleiben wir automatisch davor. Und weil ich einfach zum Zaubel führen würde. So. So. Ha. Doch. Kaufzeit abgelaufen. Ist doch schön für dich. Ja. Keine Kanaten bei. Das ist natürlich gerade ein bisschen blöd. Macht aber nix. Hier. Karten wir uns in der nächsten Runde. Was war das denn für eine Eslette, Alter? Oh Gott. Phantom Mars oder was? Alle keine Gesichter. Na, Arschloch. So. Gleich jetzt mal ein Chicken Wings schon mal organisiert. Damit wir Kraft haben. Hallo, Arschloch. Ich bin nach Hause. Aua. Kleine Wings. Ja, deine Mutter, Alter. Du hässlicher... Wie? Da ist auch Dennis. Ich kotz. Ich kotz gleich. Der heißt doch nie im Leben. Dennis, Alter. Ja. Das ist doch nur Kopie, Alter. Fälsch. Klasse. Hoch 3. Gebt doch alle Muschis, ey. Zu mir? Jo. Zu mir. So. Das kann man doch nicht angehen, ey. Was ist das denn für ein Rotz-Knoten hier? Ey, Ficker dich. Du hörst zu mir, Mann. So. Verpiss dich. Die Scheiße fressen. So wie man, so wie man dich kennt. Wer du auch gerade warst. Da hab ich das hier nicht gesehen mehr, wer das war. Ach, Schlagrecht, Alter. Ja. Immer von hinten. Alfred, Alter. Alfred auch noch. Du. Du, du, Alter. Ich spendier gleich einen Huhn. Du Fickgesicht, Alter. Du hast doch nicht mal ein Gesicht, ey. Einmal kräftig draufgetreten, ey. Dann bist du fresslich, Alter. Spendier dir gleich mal eine neue Fresse, Alter. Mach einen... Gott, hilf dich, Alter. Mach einen Abgang. Mach den platt, Alter. Fressen, ey. So. Siehst du. Einmal kurz gestreicheln. Und dann bist du ja schon tot. Na, Arschloch. Ja, toll. Mission. Bin ich an Bord hier. Geh weg. Ey. Alter, deine Mutter. Lass das doch einfach sein, ey. Tom. Wo ist denn dein Jerry hier, ne? Schwuchtel. Mach einen Abgang, ey. Kriegst du richtig Senf, ey. Ich schwöre ich dir. Alter, verpiss dich. So, geh schlafen. Tust du auch gerne. Du Gaylord. Meine Güte. Freunde. Das geht ja wohl gar nicht. Ne. So. Einbahnstraße. Hier wird nur gerade ausgeschossen. Boah, was klotzt du mich denn so an, ey. Verpiss dich. Geh mal zum Friseur, Alter. Kauf dir mal einen neuen Körper, du. Gah. So. Gleich ein Doppelpack. Gah. Gleich ein Big Mac. Hahaha. So eine verlixte Scheiße. Na ja, macht er nix. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir. Oh, weiter. Ihre Kaufzeit ist abgelaufen, so war. Muss ich mal alles einstellen, ey. Was willst du denn, Alter? Hallo, am frühen Morgen hier schon beschissen, äh, beschossen zu werden? Du spinnst ja wohl. Kackfried, Alter. Komm mal her. Weißt du, erst mich hier anschießen und jetzt ab. Ey, das ist doch nicht zu fassen hier. Da ist doch Jerry. Ha. Komm, wir gehen jetzt mal auf den Mäuseljagd. Nicht zu fassen. Kann ich nicht sagen. Ja, was? Ficks Gestalt, Alter. Du triffst mich doch gar nicht, Alter. Bist du besoffen, oder was? Na? Fick sich, du. Komm raus, hier. Komm. Ah, ja. Kann ich grad sagen, ey. Wieso geht der tot und ich nicht? Äh. Wo geh ich denn tot und der nicht? Ah. Ja, ist klar. Ey, immer von hinten, Alter. Dieser Alfred, das ist doch die Schwuchtel des Jahrhunderts, ey. Du kriegst gleich eine Käsesahnetorte ins Gesicht. Alter, was bist du für einer, ey. Die scheiß Buletten hier. Bulette, Alter. Zu den Buletten, bitte. Oh, oh, oh. Das gibt's doch nicht, ey. Die Waffe ist scheiße, ehrlich. Ich bin eher so für hartes. Alter, das muss drücken im Gesicht, ey. Das taucht das nicht. Wie eine Arre ist kacke. Ich will eine andere haben. Aber zack. Ich will eine Eis. Mann, Mann, Mann. Na? Na? Na, du Baust, Alter. Na, hause. Ja, ja, gut. Ihr trifft mich immer, ne? Ist richtig. Ihr trifft mich immer, Alter. Ihr seid solche. Ist klar, Alter. Oh, ey. Scheiße. Komm. Oh, ey. Wo die denn? Alfred und Tim, ey. Boah, hab ich erledigt, ey. Das gibt's doch nicht. Set'n Hengst. Ey, Affo. Was habt ihr für Rüstung, ey? Was habt ihr für Rüstung, ey? Was habt ihr zum blöd zum Scheiß, ey, zum Schießen, oder wo? Die kleine Trifse. Bleib hier. Ne, ja. Du Fausto, ey. Wieso schon mal ein Firrrechen?